hallo freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen info video ich habe langsam das gefühl ich mache mehr info videos als alles andere zumindest läuft irgendwann darauf hinaus egal ich wollte nur ein kleines update geben wie es bei mir aussieht denn ich meine ich komme hier so an hallo wieder mal zu einem kleinen info video nach drei monaten abwesenheit entschuldigung dafür die sache ist ich habe einfach ein bisschen zu tun gehabt also ich hatte jetzt die letzte prüfungsphase meines lebens hoffentlich offenbar denke ich schon dass es so sein wird und musste da weil das organisatorisch ein totales chaos war einiges zurückstecken dafür also da war nicht viel zeit für anderes und deswegen hatte ich das jetzt plan erstmal ruhen lassen und habe mich dann jetzt auch in der vorbereitungsphase für meine masterarbeit gefunden deswegen hatte ich nicht so wirklich zeit für das let's playen wird sich wahrscheinlicherweise in näherer zukunft auch nicht wirklich ändern aber ich versuche trotzdem so ein bisschen was raus zu bringen der grund dafür ist vor allem der release eines spiels auf das ich schon eine weile gewartet habe und das so wie ich das mitgekriegt habe ich habe versucht mich nicht großartig zu informieren woher weil ich mich überraschen lassen möchte ziemlich zerrissen wurde und zwar mass effect andromeda und genau das wollen wir dann jetzt auch mit spielen dafür werde ich die anderen projekte so nach und nach mit nachschieben also ich denke mal ich werde es so handhaben dass ich orion erst mal pausieren lassen werde wir fangen mit mass effect andromeda an nebenbei wird gta 3 durchlaufen und wenn das zu ende ist werde ich dann wahrscheinlich orion wieder mit anlaufen lassen mal sehen wie ich es mache ich weiß es noch nicht genau auf jeden fall ich natürlich die projekte ich gestartet habe auch beenden und auf jeden fall mass effect andromeda jetzt angehen da freue ich mich sehr drauf auch wenn ich noch nicht so richtig weiß was mich da erwartet und einerseits eben bin ich sehr erfreut andererseits ein bisschen skeptisch weil er doch einiges geändert wird aber ich habe mir noch kein vorurteil gebildet wie gesagt ich habe mich da noch nicht großartig vorher informiert deswegen schauen wir noch mal ja und das ist im prinzip auch schon alles was ich loswerden wollte ich muss mal schauen wie ich das von der upload frequenz her handhaben werde in den nächsten wochen muss ich wahrscheinlich erst mal so ein bisschen einpegeln könnte aber sein dass ich so ein bisschen slow pace das ganze machen werde also das jetzt nicht jeden tag ein video rauskommt verzeiht mir aber ich habe einfach momentan andere prioritäten es gibt andere dinge die vorgehen und dementsprechend muss ich mal schauen mich das unter einen hut kriegt aber soweit wisst ihr jetzt zumindest bescheid und ich würde sagen damit lassen wir das mit den info videos erst mal wieder sein bis wieder irgendwas total wichtiges anfällt was ich mit euch teilen muss und konzentriert uns wieder auf let's play folgen die kommen werden also let's play in den nächsten wochen und monaten mal schauen wie lange das so funktioniert ich freue mich auf euch